Hi und willkommen auf Männchen. Willkommen bei Wanderer SMR. Heute wieder mit einem Outfit of the Day. Mit diesem schönen Outfit. Diese schöne Bluse, es handelt sich um eine Dirndlbluse, habe ich online über Otto bestellt. Diese ganz spezielle Hose habe ich bei C&A bekommen. Die Schuhe habe ich online gekauft. Den Online-Shop weiß ich leider nicht mehr genau. Aber müsst ihr mal schauen unter Ballerinas in bunten Farben, da bekommt ihr die auf jeden Fall auch. Ja, ich hoffe euch gefällt das Outfit. Und ich wünsche euch heute einen wunderschönen sonnigen Tag. Bis demnächst. Eure Wanderer SMR. Ciao. Bis demnächst. 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 Untertitelung des ZDF, 2020